Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Tommi und das ist mein erstes Unboxing Video. Mal gucken, was hier dahinter versteckt ist. Werden wir es mal öffnen? Bin ich ja mal gespannt. So, was haben wir hier? Vertragskarte, eins und eins. Schöner Brief. Und das Galaxy S5, das schöne Teil. So, da werden wir es mal öffnen. Schöne Schachtel. Hier stehen noch mal ein paar Daten drauf. Was es alles so beinhaltet. Hoffentlich kann man es erkennen. Da muss man es mal öffnen jetzt hier, das scheiß Ding. Ach man. Telefon. Folie alles noch schön drauf. In weiß. Ja. Übelst leicht. Was gibt es noch? Eine Gebrauchseinleitung. Falls einer nicht klarkommt. Für die Ältere und so. Kopfhörer. Mit. Ähm. Mal gucken. Ich pack es mal aus hier. Ja. Kleine Kopfhörer hier. Extra aufsetzen, falls man etwas verliert. Weil geht ja schnell. Man braucht ja immer Gummis. Ladekabel. USB Adapter. Zum Laden. Oder zum Datenversenden. Schöner Akku. Schöner Akku. Was wir jetzt erstmal einführen werden. Schöner Akku. So. Die Folie machen wir erstmal ab. Mal gucken hier. Wo das jetzt hier auf geht. Genau. Ouh. So. Da darf man mal schauen. Wie das funktioniert hier. Mal gucken wie das hier angelt. Genau. So, schöner Effekt zum Beispiel. Bei Deckung prüfen wegen Wassertfest und so. Das ist das neue Samsung Galaxy S5. So.